Ja, wie ist es dazu gekommen, ist immer eine gute Frage. Also es war einfach so, dass ich mich an dem Abend bewusst ins Auto gesetzt habe und gesagt habe, ich kann das Auto noch nach Hause fahren. Es ist einfach ein schlimmer Fehler gewesen. Das hat sich natürlich auch aufgebaut. Es ist nicht das erste Mal gewesen, es ist jetzt auch nicht so, dass ich das täglich gemacht habe. Aber du hast dann einfach deine eigene Welt geschafft. Du hast, ich sage, im Nachhinein selbst entschieden, was richtig oder was falsch ist, ob du dich an Regeln hältst oder ob du dich nicht an Regeln hältst. Und damals bin ich damit auf die Fresse gefallen. Das habe ich auch direkt eingeräumt. Bevor das in die Zeitung kam, wussten Freunde, Familie, DHB, die MT Melsungen auch schon Bescheid. Also alle, die mir nahestehen. Und dementsprechend war das dann, als es rauskam, für die große Masse vielleicht nochmal, oh mein Gott, was hat der Kassening da gemacht oder was schon nicht ohne war, viele Kinder oder viele Fans, die mir das gar nicht zugetraut haben, weil ich ja sonst immer der Lebensfrohe war, der ja auch einen Vorbildcharakter hat. Das hat dann auch nochmal, um ehrlich zu sein, reingehauen. Und dementsprechend, ja, habe ich dann die MPU gemacht, darf jetzt wieder fahren, die Alkoholabstinenz. Und das hat nichts damit zu tun, dass ein Mensch gerne mal feiern kann oder das Leben genießt, sondern einfach, ja, was machst du? Also ich glaube, dein Verhalten mal zu hinterfragen, das hat mir wirklich, was diese Angelegenheiten angeht, wirklich die Augen geöffnet. Also wenn ich eins gelernt habe, auch von zu Hause, egal wie gerne du Interviews gibst oder nicht Interviews gibst, und das mache ich gerne, habe ich aber immer gesagt, ich will es auch tun, wenn es nicht läuft. Und genauso kannst du dich nach Siegen vor die Kamera setzen, aber auch nach Niederlagen, weil der Mensch bleibt der gleiche am Ende. Und auch als mir das mit der Sufffahrt passiert ist, hatte ich meine Mutter direkt angerufen, habe ich ihr nachts noch eine Nachricht geschrieben, habe am nächsten Tag mit ihr telefoniert und da sagte sie auch, ja gut, du hast einen Fehler gemacht, sieh zu, dass es nicht nochmal passiert, ein Fehler ist okay, wer zwei oder dreimal denselben Fehler macht, ist halt nicht ganz knussbar im Kopf. Aber du hast die Chance, dich zu ändern, daraus zu lernen und warum soll man damit nicht transparent umgehen? Also erschließ dich mir nicht.